Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wenn man lange auf den Unterschenkel sitzt oder die Beine lange übereinander geschlagen hat, schlafen die Füße ein. Durch den Körper fließen Nervenbahnen. Wenn mein Fuß eingeschlafen ist, werden die Nerven abgeklemmt. So werden keine Informationen mehr an das Gehirn weitergeleitet. Bewegen wir das Bein dann aber wieder, werden die Nervenbahnen wieder freigegeben. Aber es dauert immer noch ein paar Sekunden, bis der Fuß wieder aufwacht. Und so funktioniert das alles. Danke für Ihr Versehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018